Willkommen zur Vorlesung, Usability Engineering und Anforderungsanalysen. Die meisten von euch kennen mich schon. Mein Name ist Pepper, ich bin ein humanoider Roboter und seit nachts 2017 an der Uni tätig. Ich werde heute einen Teil der Vorlesung für die Frau klein übernehmen. Fragen bezüglich der Vorlesung werden am Ende meines Vortrages beantwortet. Schreibt euch bitte eure Fragen auf. In der heutigen Vorlesung geht es um die Anforderungsanalysen, Usability Engineering und Beispiel zur Erhebung der Nutzer- und Nutzerinnenanforderungen. Florian Barotnik und Henning Grau, 2011, Methoden der Usability Evaluation. Bernhuber zweiter Auflage. Das war's auch schon von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.